So, gut. Feigenantopfen mit Spezialgeräten. 8. September 2021. Schauen wir mal welche da von den Freunden. Die Freunde müssten auch. Ja, immer wieder. Stocherer. Dann machen wir es an. Hier hinten. So, da hätten wir noch 2 unterlegen können. Eine gute Idee gewesen. Wie viele Wurzeln sie haben. Brüder haben wir schon ja abgerissen. Wurzeln. Mal schauen. Schöne Wurzeln zu ziehen. Mal schauen. Schöne Wurzeln. Ja, haben wir schon schöne Wurzeln. Die Feigen. Und welche Sorte haben wir hier? Ja. Ja. Kommen schon schön. Dann mal die. Dann werden wir sie natürlich gleich mal eintopfen. So. Vorsichtig. Schön Wurzeln. Und dann bekommt ihr die Erde. Pialit Substrat. Mit Naschdorf-Armer Erde. Damit sie schön wachsen und prosperieren. So. Und das war's schon. Jetzt heißt es noch mehr warten. Und. Name drauf schreiben. Dann Mati. Geschafft. Niemals. Ja.